Hallo und herzlich Willkommen zu Spirituell und Erfolgreich, der Podcast für Deinen Herzensweg. Mein Name ist Robby Altwein und ich freue mich riesig, dass Du heute wieder dabei bist. In der heutigen Episode möchte ich mit Dir über die Sterne vom 5.4. bis 11.4.2021 sprechen. Wir haben in dieser Woche wirklich ganz spannende Konstellationen. Der eine Faktor, die Sonne wandert, Zeichen, Witter. Und das bedeutet, jetzt ist es wichtig, Entscheidungen zu treffen. Jetzt ist es wichtig, das Leben proaktiv zu gestalten. Nimm das Zepter in die Hand. Treffentscheidung, setz Dir Ziele, komm in Bewegung, wage etwas. Ja, Du kannst auch etwas Neues wagen, denn die Kraft des Neubeginns ist aktiviert. Mittel- und langfristig gesehen sind wir in einer der spannendsten Zeiten, die wir hier auf Erden erleben. Es stehen tiefgreifende Veränderungen an. Und wenn wir mal momentan schauen, was die Politik da macht mit ihren Dauer-Lockdowns. Viele Firmen werden früher oder später den Preis dafür zahlen. Und wer nicht gelernt hat, selbstständig Geld zu kreieren, der wird Engpässe eben erleben. Die Gefahr eines Engpasses kannst Du mindern, wenn Du lernst, Deinen inneren Reichtum in äußeren Reichtum zu verwandeln. Quasi, wenn Du lernst, Geld zu kreieren, wenn Du lernst, Deinen inneren Reichtum in bare Münze zu verwandeln. Wir haben alle wundervolle Fähigkeiten. Und wenn Du lernst, diese Fähigkeiten daraus etwas zu kreieren, was andere Menschen brauchen, dann wirst Du unabhängig gegenüber irgendeiner Institution und Du wirst dank des Internets die Möglichkeit haben, einfach Geld zu verdienen. Das ist die wichtigste Fähigkeit, die wir in den nächsten Jahren brauchen werden. Dass wir unabhängig werden von irgendwelchen Firmen. Dass wir unabhängig werden von irgendwelchen fremden Geldgebern, die uns bis dato vielleicht monatlich unseren Gelderwerb in Form des Arbeitens zukommen lassen haben. Je mehr Du das jetzt lernst, Geld zu kreieren, wirst Du die künftigen Krisen, die da kommen, meistern. In der Krise machen ja die meisten Menschen es falsch. Sie warten erst mal ab, sie schauen erst mal, wie die Dinge sich entwickeln. Und dadurch wird die kollektive Krise zur persönlichen Angelegenheit, weil sie in die Stagnation gehen. Wer aber nicht wartet, sondern proaktiv wird, der wird von der Krise nicht so sehr ergriffen werden. Das Problem ist, dass die meisten Menschen immer zyklisch zum Kollektiv sich verhalten. Also wenn draußen Krise, warte ich erst mal ab. Und dadurch erfahren sie aber auch das Schicksal des Kollektivs. Wer hier antizyklisch handelt, also in Krisen handeln, in Krisen aktiv wird, der wird von den kollektiven Krisen eben nicht so betroffen sein. Statt passiv zu sein, aktiv werden, proaktiv sein, von den Eingebungen inspirieren lassen. Das ist so wichtig, dass du in dieser Woche die Gunst der Stunde erkennst und diesbezüglich aktiv wirst. Denn wir haben fantastische Energien. Wir haben Jupiter-Venus-Sextil. Die Sonne kommt dazu. Das bedeutet, dass jetzt eine Zeit glücklicher Entscheidungen ansteht. Jetzt ist das Glück aktiviert. Der Erfolg ist aktiviert. Und ganz wichtig, wenn in dieser Woche Entscheidungen anstehen, sei mutig. Wir haben Jupiter-Venus einerseits in Verbindung zur Sonne und zum Mars. Es geht um Entscheidungen. Es geht um Handlungen. Es geht um Mut. Es geht darum, vorwärts zu gehen. Es geht darum, positiv sich auszurichten. Es geht darum, an den eigenen Erfolg glauben, an die eigene Kraft glauben und in die Umsetzung zu gehen. Es geht darum, Inspirationen für sich, für Inspirationen zu öffnen, diesen Raum zu geben und diese auszudrücken, diese umzusetzen, der Intuition zu folgen. Es geht darum, voller Zuversicht zu sein, sich vielleicht auch mit den geistigen Gesetzen beschäftigen und die Kraft der Gedanken zu erkennen. Denn wenn unsere Gedanken immer wieder positiv sind, dann ziehen wir regelrecht Chancen immer wieder an. Das Leben bietet dir jeden Tag neue Chancen. Es gibt Zeiten, wo Chancen sehr verstärkt auftreten. Und das wird jetzt in den nächsten Wochen sein. In den nächsten Wochen wird es viele Chancen geben. Große Chancen. Geniale Chancen. Die dich in den Neubeginn hinüberleiten wollen. Deswegen so wichtig. Sei mutig. Du kannst nur gewinnen. Entweder schaffst du es, deine Ziele zu verwirklichen oder du gewinnst immer mehr Erfahrung, die dir dient bei der Manifestation deiner Wünsche und Träume. Nimm das Zepter jetzt in die Hand. Es war nie wichtiger als jetzt, aktiv zu werden. Dass du diesbezüglich einfach dich verbindest mit der geistigen Welt, mit den Engeln, mit Gott dich verbindest und Vertrauen hast in die Führung. Aber nicht warten und schauen, dass da von draußen auf dich was zukommt. Das kann passieren. Dass da Zeichen im Außen auch dir eindeutig signalisieren, hey, das solltest du dir jetzt anschauen. Viel mehr Zeichen werden von innen kommen. Durch eigene Ideen, durch Inspiration, durch deine Intuition. Hinterfrage nicht Ideen, die du eingegeben bekommen hast. Hinterfrag sie nicht einfach, sondern probiere es einfach aus. Sei wie ein Kind, das einfach spielerisch sich diesen geistigen Ideen hingibt und einfach da mal was ausprobiert. Denn mit Begeisterung, mit Feuer, mit Mut, das ist eine Energie, wo sich jetzt, wenn die Witterpower aktiviert ist, sehr viel bewegen können. Jetzt ist es wichtig, sich zu entscheiden. Die Zeit des Wartens ist vorbei. So wie der Frühling jetzt in der Natur anbricht und immer mehr und immer mehr die Sonnenkraft, die Sonne an Stärke gewinnt, an Power, an Licht, so solltest du auch jetzt vorwärts gehen. Ganz wichtig für dich. Ich wiederhole es nochmal, weil viele das leider verpassen. Ich kann dir sagen, dass jetzt Türen geöffnet werden. Entscheidungen, die du triffst, wirst du vielleicht nicht immer gleich von der Reichweite verstehen. Aber die Entscheidungen, die du jetzt triffst, haben eine Bedeutung für die nächsten Jahre. Deswegen sei mutig und treffe Entscheidungen. Ich kann dir nur sagen, öffne dich dafür, für die Fähigkeit, Geld zu kreieren. Das wird immer wichtiger. Seit vielen Jahren spreche ich davon. Viele Menschen haben nicht verstanden, warum redest du dauernd davon. Ich habe mein Geld und warum soll ich mehr? Das System ändert sich, das System wandelt sich. Und wenn du am alten System festhängst, sag ich mal, dann kann es durchaus sein, dass Schwierigkeiten entstehen und diese immer größer werden. Wenn du dagegen lernst, Geld selbst zu kreieren. Ja, wir haben Sonne, Venus. Jupiter ist die Fähigkeit, immer mehr, durch unser Bewusstsein, durch unseren Schatz, den wir in uns tragen, Geld, Venus, Jupiter zu kreieren, zu manifestieren. Viel, Fülle, Füllebewusstsein, was jetzt immer mehr durchbrechen darf. Dass die Fülle in dir liegt und dass du, wenn du sie teilst mit anderen Menschen, dazu führt, dass du Fülle immer mehr in deinem Leben hast. Und diese Fähigkeit, Geld zu kreieren, die kannst du entwickeln und entfalten. Ich kann dir nur raten, öffne dich jetzt dafür, denn es wird in den nächsten Wochen viele Möglichkeiten in deinem Leben auftauchen. Denn der Wandel, der sich in den nächsten Jahren vollziehen wird, der passiert nicht einfach plötzlich, sondern es werden viele Möglichkeiten vorher auftauchen, die der Mensch nutzen kann, damit er einfach in diese neue Zeit hinübergleitet, hinübergeht. Die Menschen, die aber diese neuen Möglichkeiten einfach ignorieren und sagen, Mensch, ich habe ja doch mein altes, warum sollte ich jetzt? Die verpassen diese Chancen, nehmen sie nicht wahr und wenn auf einmal das Alte zusammenbricht, stehen sie mit leeren Händen und sagen, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Ich kann dir nur eins sagen, erkenne die Zeichen der Zeit. Und wenn du genau hinschaust, siehst du, wie die alte Welt immer mehr und immer mehr, ja, immer mehr Schwierigkeiten tauchen auf, immer mehr Firmen, die signalisieren, dass sie Probleme haben und das, was da draußen jetzt passiert, das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen nie einfach ändern. Ja, sondern es ist wichtig, dass du deiner inneren Führung vertraust. Je mehr du jetzt dich öffnest für neue Wege, desto schneller wirst du durch die Herausforderung geführt und du wirst das, was kollektiv gerade da sich aufbaut, weniger erleben, weil du antizyklisch dich verhalten hast. In der Krise warten die meisten Menschen ab und machen dadurch dieses kollektive Stagnation zu ihrem eigenen Erfahrung. Und das ist das Problem, warum viele Menschen in der Krise eben die Krise so stark erleben, weil sie eben sich genauso verhalten wie das Kollektiv. Die aber, die antizyklisch verhalten, das sind die Gewinner von morgen. Das sind die, die auf einmal durch die Krise profitieren, eine ganz andere Erfahrung eben haben, weil sie vorher das System umgestellt haben, was in der Krise kollektiv geschehen wird. Du musst vor deiner Zeit sein jetzt schon diese Umstellung realisieren. Dann gehst du viel einfacher durch die Herausforderungen durch. Und gerade jetzt mit Sonne, Venus, Jupiter, Mars. Das ist pure Erfolgs- und Glücksenergie. Die Zeichen kommen jetzt in dieser Woche. Die kommen jetzt in den nächsten Tagen. Öffne dich dafür. Probiere da was aus. Probier was aus. Folge deinen Impulsen. Treff mutige Entscheidungen. Du kannst nur gewinnen. Du kannst nur gewinnen. Mach dir das immer wieder bewusst. Sage dir, mit Gott ist alles mir möglich. Mit Gott ist alles möglich. Das Universum ist auf meiner Seite. Das Leben zeigt mir jetzt neue Chancen und Möglichkeiten. Und öffnet mir neue Türen. Nutze die Kraft deiner Gedanken. Je mehr du das tust, desto leichter, desto schneller, desto intensiver vollzieht sich dieser Wandel, der jetzt ansteht. Es geht im Grunde darum, dass wir immer mehr erkennen, unseren inneren Reichtum und dass wir diesen nutzen. Denn dafür haben wir ihn mitbekommen auf unserer Lebensreise. Dass wir unseren inneren Reichtum annehmen. Dass wir ihn nach außen bringen. Denn es hat nicht nur einen Vorteil für dich. Dass du diesbezüglich mehr Fülle erlebst. Dass du mehr Freude hast. Wenn du dein inneren Reichtum teilst, wirst du automatisch mehr Freude haben. Weil du hast so viel Spaß, dein inneren Reichtum zu teilen. Das macht dir einfach Riesenfreude. Das wird dir Riesenfreude bereiten. Entdecke es einfach. Aber nicht nur, dass es für dich persönlichen Nutzen hat. Wenn Menschen lernen, ihren inneren Reichtum nach außen zu bringen, hat es immer einen Nutzen auch fürs Kollektiv. Es hat immer einen Nutzen für andere Menschen. Deswegen ist es überhaupt nichts Egoistisches, deinen inneren Reichtum anzunehmen. Im Grunde genommen ist es dein Auftrag sogar, dass du deinen inneren Reichtum nach außen bringst. Weil du dadurch das Leben von anderen Menschen beeinflusst, verbesserst, bereicherst. Durch deinen inneren Reichtum bereicherst du das Leben anderer Menschen. Und darum geht es im Grunde. Dass wir lernen zu teilen, unseren inneren Reichtum. Je mehr Menschen das machen, desto schneller kommt die neue Zeit. Es ist eine Zeit, wo wir gelernt haben, unseren inneren Reichtum nach außen zu bringen. Wenn du noch tiefer hier eintauchen willst, empfehle ich dir meine täglichen Cosmic Energies. Die gibt es täglich auf Telegram. Tägliche Inspiration für ein neues Leben im erhöhten Bewusstsein. Du kannst mich gerne auch auf Instagram abonnieren. Dort gibt es täglich Inputs über die geistigen Gesetze und himmlische Affirmationen für ein neues Leben. Und wenn du meine Meditation zur Verbindung mit deinem wahren Selbst noch nicht kennst, solltest du die unbedingt downloaden. Diese gibt es kostenfrei auf meiner Website robbiealtwein.com. Arbeit mit dieser Meditation mal vier, fünf Wochen und du wirst staunen, was in deinem Leben passieren wird. In so einer kurzen Zeit ist so viel möglich. Diese Meditation unterstützt dich dabei. Ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch, hinterlasse einen Kommentar. Ich freue mich immer von dir zu lesen. Ich wünsche dir wundervolle Momente und eins noch wie immer, folge deinem Herzen. Mach's gut, alles Liebe, ciao. Mach's gut, alles Liebe, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020